Okay, und da sind wir wieder nach langer Zeit zu Stardew Valley. Viele von euch wissen es vielleicht noch gar nicht mehr. Aber wir haben vor einem Jahr einen Stardew Valley Perfection Run in 1.5 begonnen. 1.6 ist ja jetzt mehr oder weniger Around the Corner. Das ist aber auch schon wieder neun Monate her, dass wir gespielt haben. Wir haben das komplette erste Jahr durchgemacht. Und dann sind Dinge passiert. Und dann habe ich andere Sachen gestreamt. Und das hier so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nicht wundern, ich habe keine Musik an dem Hauptmenü, weil im Hauptmenü respektiert das Spiel deine Audio-Einstellungen nicht. Das heißt, es wäre mega Earrape. Aber wir können direkt mal reingucken. Ich habe gestern extra noch schon mal ein bisschen geguckt, wo wir waren. Unser Iridium-Mülleimer ist bereit, unter anderem. Ansonsten waren wir dabei, das Community-Center zu vollenden. Was haben wir hier? Wir haben diese geheimen Notiz noch. Genau, Ebene 100 der Schädelhöhle. Das haben wir nicht erreicht. Haben sie es schon immer in der deutschen Fassung die Schädelhöhle genannt? Weil Skullcavern, ich habe es nämlich immer als Schädelhöhle übersetzt. Aber ich meine eigentlich, dass sie es in der Übersetzung die Schädelhöhle genannt hätten. So, Fischeintopf. Weißen Thunfisch, Pisteriöse Mr. Key. Genau, wir brauchen eine Regenbogenmuschel. Das war das Ding, was ich vertickt habe. Darüber habe ich nämlich im Video gesprochen. Es gibt ein Video, wo ich praktisch das erste Jahr zusammenfasse. Das werde ich wahrscheinlich aber nicht nochmal machen. Also ich glaube, der Rest des Projekts wird ein reines Stream-Projekt. So, hallo Kent. Genau, Kent ist jetzt zurück. Wollte sich nur mal vorstellen und dann geht er auch schon wieder. So, wir sollten den Fernseher benutzen. Was sagt der Wetterbericht? Es wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Die Geister sind heute sehr glücklich. Und Leben vom Land. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Was hatten wir wo? Wir hatten irgendwo auch unsere Werkzeuge mal reingepackt. Also das, was wir nicht benötigen. Genau, hier. Jetzt müssen wir jetzt mal hier unseren ganzen Shit wieder in Ordnung bringen. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Es wird in 1.6 eine Iridium-Sichel geben. Und alle eskalieren deswegen. Weil wir dann endlich eine komplette Iridium-Hotbar haben können. So, aber unsere erste Priorität wird definitiv sein, dass wir hier alles wieder aufsetzen. Also das mit den Trümmern? Ich weiß doch nicht, ob ich das gut finde. Okay, bis hier waren wir. Na, jetzt haben wir ja die Iridium-Sprinkler. Wobei ich nicht weiß, ob die, äh, die so kosteneffizient sind. Aber ich meine, wir wollten jetzt sowieso wahrscheinlich, wenn wir Rohstoffe holen wollen, eh immer in die Schädelhöhle. Und dann wird uns irgendwann auch das Iridium praktisch nachgeschmissen. So, Creative hat seine 15 Minuten. Das heißt, jetzt darf der Chat gerne eskalieren. So, wir haben, wie sieht es aus mit Iridium? Wir haben nicht so viel. Aber ich glaube, wir gucken, dass wir wirklich alles auf Iridium haben. Einfach, äh, auch für sowas hier. Für das ganze Setup, was nötig ist. Was haben wir hier? Krabbenkuchen. Genau, das hatten wir, äh, für geschichtliche Verteidigung. Iridium-Erz haben wir hier. Okay, wir haben sogar noch Iridium. So, wir nehmen das Zeug mal mit, aber wir brauchen es nicht in der Hotbar. So, gemischte Saat. Wir wollen ja jetzt wieder alles horden. So, was sagt die Post? Ne, für all die Knochen. Genau, schön, das war unser letzter Auftrag, den wir gemacht haben. Die Knochenmühle. Können wir jetzt herstellen. Und der Preis für Rohmaterial, den wir in Robins und Clint's Läden, ist gestiegen. Gut, das ist ja typisch für, ähm, für Jahr 2. Boah, jetzt kriegen wir hier auch noch den Lehm. Ich frage mich gerade, es gibt ja Clay-Farming mit diesem Pattern. Wird das viel effizienter, wenn man die, wenn man die, äh, geile Sense hat? Also die Hacke, wenn man die auf Iridium hat? Weil ich denke mal nur das Teil, was man zuerst, kannst du bitte weggehen, Schwein. Äh, ich hab nur das Teil, was man hauptsächlich trifft, zählt für die, äh, Zufall ist, äh... Wobei, nee, es ist, äh, das Muster bewegt sich ja egal, was man trifft, aber wichtig ist ja nur, dass man eins von den, äh... Also wenn man das Muster einhält, dann trifft bei der Mutterabstattung vielleicht noch ein paar andere Teils, die auch Lehm haben. Huch! Okay, also... Die Vogelscheuche mag keine Hacke. So, ich bin mal gespannt, ob ich das noch bereuen werde, dass meine ganzen Tiere frei rumlaufen. Oder ob wir da mal ein Gebiet einzäunen müssen. Aber da müssen wir die, äh, Sachen auch definitiv bewegen. Das möchte ich eigentlich nicht, das ist mir eigentlich viel zu aufwendig. Andererseits müssen wir... Das hier war jetzt unnötig. Andererseits müssen wir irgendwann hier, äh, nochmal aufräumen. Wenn wir dann hier mit Iridium-Sprinkern arbeiten wollen. So, ich würde behaupten, wir machen, was wir können mit Erdbeeren und für den Rest machen, äh, den Rest machen wir voll mit, äh, Kartoffeln. Boah, kann die... Kann man diese Ziegen, ey. Erstmal, meine Freundin, jetzt hier wird, wird mal zu, äh, spielen wie Harvest Moon verleitet. Ja, Stardew Valley ist halt auch, äh, so ein Ding. Das sieht man, andere Leute spielen, und dann hat man auch irgendwie Bock drauf. Es ist halt eigentlich... Also, das Stardew Valley ist ein Beispiel dafür, wie man ein Spiel macht, was grindy ist. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Weil es hat auch, gellst du dich vom ganzen Design her, also auch vom Sound-Design und so... Der Anfang ist ja mega anstrengend, aber es ist trotzdem halt so designt, dass jeder Schritt, den du machst, halt mega befriedigend ist. Also auch gerade, wenn du die Blumen gießt, und dann hast du halt diese, äh, Wasserperlen, die von der, äh, von den Pflanzen abkropfen, und hast dieses tolle Geräusch. So, es klingt halt direkt schon so, als würde es sich an der Arbeit lohnen. Huch, so. Ähm, wir sollten aber... Wir müssen gucken, dass wir möglichst bald unsere... Ich weiß jetzt nicht, wie lange Pierre offen hat. 64 Erdbeersamen, das wird vorne und hinten nicht genügen. Also den Rest werden wir wieder vom, äh, Eierfest kaufen müssen, denke ich. Harvest Moon habe ich tatsächlich selber nie gespielt, weil es ist, glaube ich, auch... Gab es Harvest Moon überhaupt mal für den PC? Ich kenne das immer nur als, äh, als Konsolentitel. Also gerade für die Handhelds. Also ich weiß, dass es, äh, dass es, dass Familienmitglieder es teilweise hatten, aber ich habe selber nie gespielt. Emulator, gut, Emulator ist auch noch so eine Option. Ich überlege auch seit einer Weile, ob ich, ähm, ob ich mal Super Mario 64, also ich habe es mal einmal emuliert. Mit der Axt sollte ich natürlich nicht den Boden hacken. Ähm, ich habe es einmal mit dem Emulator kurz angespielt, vor ewigen Zeiten. Sagt es nicht Nintendo. Ähm, aber ich habe es halt noch nie selber gespielt. Und ich habe halt, äh, überlegt, ob, ähm, ich das mal nachholen sollte. Ähm, oh, hier wollte ich nicht rein, oder? Doch. Ich war jetzt so irritiert wegen in den Raum. Oh, hier kann man, äh, Journey of the Parry King spielen mit, äh, Abigail. Ich habe leider nicht gedacht, äh, an die Amethysten. Entweder das oder ich bin einfach schlecht. Ja, Skill Issue. Äh, wir werden nicht mal gefragt. Äh, wie funktioniert die Steuerung nochmal? Boah, ich habe ein, ich habe einmal dieses Game zu Ende gespielt und ich habe es, äh, ich habe es verflucht zum Ende hin. Also Shotgun plus, äh, das ist halt, äh, super mächtig. Jetzt bin ich bestimmt in grün, willst du mich beleidigen? Ich muss jetzt nicht das komplette Spiel mit ihr durchspüren, falls wir, äh, falls wir nicht sterben, ne? Okay, ja, sie, sie ist, glaube ich, anscheinend gescriptet, dass sie, dass sie sich umbringt. Okay, das war, ähm, kein flüssiger Übergang. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen, hm? Das wundert mich nicht. Oh, das ist, äh, ja. Also mein ursprünglicher Plan war ja, ähm... Ja, ich, ich würde, ich würde gerne, ich würde gerne bei dir einkaufen. Hallo. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Wie viele, ähm... Hier, Eierfestival ist ja am 13. Erzählton, wie viele Kartoffelernten kriegt man hin? Oh, so, nein. Also Hilfe funktioniert, aber ich will eigentlich, äh, beim Saatgut... Ich will wissen, wie viele Kartoffelernten ich, äh, reinkriege. Gottverdammt, Pierre. Ja, okay, ja. Ich, hier ist ein Zahl der Kunde. Und das, das ist genauso ein Kapitalist wie Joja hier, äh, hier, also... Pierre ist jetzt auch nicht, äh... Ja, ne, und so. Wozu habe ich die Feder noch? Wach, weil Elliot die mag, ne? Dass wir uns mit dem noch anfreunden können. Okay, dann müssen wir den Rest ja nicht gießen, sondern nur hacken. Aber bis zum Sommer will ich dann noch den Rest auf, äh, Iridium haben. Ich mag es nicht nach sechs zu arbeiten. Ja, anscheinend, ne? Dafür, dass er derjenige ist, der, äh, neue Feiertage einfügen möchte, damit, äh, er da dann speziell, äh, Marketing betreiben kann. Und weil sie mir übrigens, äh, mein Zeug verkauft als, äh, als, äh, sein Anbau. Hühnerstatue, wer mochte das nochmal? Penny und der Zwerg. Aber man merkt schon wieder, man hat viel zu wenig Zeit in diesem Game. So, weil wir verkaufen, ihr könnt ja auch nicht als Selbstmacht. Eben, also Joja ist in der Hinsicht ja wenigstens noch ehrlich. Und vor allem, ich habe heute noch festgestellt, wenn du die, äh, Joja-Route gehst, mit, äh, anstatt dem Community Center, ähm, dann weiß in der Stadt offenbar auch niemand, wer die ganzen Sachen repariert. Also, das heißt, entweder redet Joja einfach gar nicht über seine, 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 seine Sachen. Und dann heißt es wohl auch, dass die ganzen Stadtbewohner nicht merken, dass da riesige Crews von außen kommen und irgendwas reparieren. Was eigentlich, äh, irgendwie aber auch erstaunlich ist, weil Joja würde das ja eigentlich, ne, fürs Marketing ist das ja eigentlich perfekt. Von wegen, wir haben eure Brücke repariert und euren Bus und die Mienkarren, die aus irgendeinem Grund noch hier sind. Oh, jetzt sieht man wieder nichts. Ähm, pass auf, Crafting. Gab es nicht mal Fackeln, die man aufstellen konnte? Nachts und Holz. Aber es gab doch auch diese, diese Tiki, äh, Fackeln da. Oder war das ein Terraria? Ich meine, es gab doch die auch in, äh, Stardew Valley. Nee, warte, so, Leben kommt hier rein, weil es ist ein Baumaterial. Wo ist mein Harz? So, ab morgen benötigen wir wieder die Gießkanne nicht. Die Hake geben wir dann ab. So, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. So, hier, offenes Feuer auf dem, auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Patio. Das wird, wird, das wird nicht schief gehen, keine Sorge. Irgendwelche Wichtiges abends machen. Ja, in dem Fall ja die Junimos. Aber von denen wissen die Bewohner ja auch nichts. Also außerdem Zauberer und uns. Morgen wird ein sonniger Tag. Und der Wahrsager. So, die Geister sind, äh, die, die Geister. Die, äh, Geister sind, äh, sind genervt. Och, Leute, nee. Wir können die Hake gar nicht abgeben. Weil noch nichts, äh, gepflanzt ist. Ja, äh, schau zu nirgends Feuer. Ja, hier, Firetick ist, ist aus. Da passiert nichts, ne? Oh, diese ganzen erschienenen Eiersorten, die müssen natürlich immer alles zumüllen. Wofür brauchen wir das noch? Wow, not gonna lie, ne? Wenn ich teilweise wüsste, wofür die Sachen sind. Also, warum ich sie im Inventar rumschleppe. Ich brauche auf jeden Fall noch diesen Autoharvester. Wobei, warte, Void-Mayonnaise mag doch Krobus, ne? Ist ja überhaupt keine Reizüberflutung im Inventar. Ne, ich finde, äh, ist auch, äh, absolut schlimm. Ähm. So, einmal die Kuh und wo ist die Ziege? Wobei, 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 wobei. So, Pierre. Äh, Grünalge. Grünalge für Clint. Na gut, das können wir, da können wir ja mal dran denken. So, was sagt das, äh, das Bulletin-Board hier unten? Zwei Dutzend Eier für Gas oder... Aus Kartoffeln. Ja, komm. Wir bauen eh Kartoffeln an. Zwölf, äh, äh. Wir, wir enablen einfach mal ihren Alkoholismus. So, wir haben gerade ein bisschen Zeit. Es ist dann egal, welche Eier. Ja, ich glaube, ja. Weiß jemand, was die Iridium-Upgrades kosten? Okay, Kartoffeln ist, äh, ist nicht so mega, äh, so mega krass. So, es gibt ja noch ein paar neue, das stimmt. So, die Selbstläge haben wir schon alle gehabt. Die sind ja in unserem, äh, äh, unserem Links. Im Gewächshaus. Achso, ja, genau, wir können ja hier direkt, äh, Sachen verticken. Gab's einen Grund, warum wir den Ziegenkäse hier drin hatten? Weil der, äh, zum normalen Hallen benutze ich immer den normalen Käse. Aber, genau, Lea und Robin mögen das. Ja, ich hab einiges auch als Geschenke immer dabei gehabt. So, wir nehmen die Sachen mal mit für, ähm, für den Shipping-Bin. Sieh, auch Tulpe mag das. Es mögen alle und Evelyn liebt es. Ansonsten wollen wir Wir. Ja, komm, ich glaub, 500 sollten, sollten es tun. Oh, warte, Lea? Nee, es war Maru, nur, die hier grad lang lief. Oh, warte. So, warte, Lea dann. So, einfach mal Wir müssen gucken, dass wir vielleicht in Zukunft nicht direkt zwei Tage brauchen, nur um die Farm wieder in Schuss zu kriegen Ich werde es so bereuen, dass wir gleich einen der Spots vergessen und das dann nicht synchron wächst beim Gießen Das ist immer Pain Hatte ich nicht so gerne eine Mod, dass ich sehen kann wie die Radien von den von den Vogelscheuchen sind Boah, können die Können die Tiere vielleicht mal bitte woanders hingehen und nicht hier auf dem Feld chillen Boah, dieses Huhn Ich glaube, das Huhn möchte gerne ein Suppenhuhn werden Okay, hier, die sind Wasted, gerade stelle ich fest Der ist auch wasted, das ist okay Nee, erstaunlicherweise lassen die Tiere die Saat ja in Ruhe Das ist nun so ein Norm-Protein, ja Gut, wenn daraus wenigstens dann schöne Eier werden Das ist ja kein kompletter Verlust, aber Dafür haben sie ja eigentlich das Heu Oh, reicht das mit den Kartoffeln, die ich geholt habe? Weil wenn ich Nachschub holen will, dann wird's eng Okay, wenn fehlt nicht viel, also dann lass ich das auch so Also da Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine Kapazität von 600 Wenn ich noch etwas Abschied, dann... Und dann schnell ... 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 So, ich glaube, vor der letzten Ernte müssen wir gucken, dass wir die ganzen Sprinkler einmal komplett austauschen. Neue Zuschauerbelohnung, Spinni muss ein Tier nachwachen. Sind wir hier bei... Mein rechter rechter Platz ist frei, oder was? Aber für Stardew Valley habe ich vorhin noch festgestellt, wir brauchen da schon irgendwie eine Zuschauerbelohnung, das stimmt. Bleiche Brühe. Äh, das können wir doch gerade erledigen, wir haben doch jetzt eine Küche. Oder haben wir noch nicht die... Wir haben das Rezept noch nicht, oder? Ja. Ja, genau, ich habe ja hier dafür gesorgt, dass wir möglichst viel von dem ganzen Zeug kriegen. Oh, ich kann das nicht mehrere Qualitätsstufen. Moment, komme ich hier nicht durch? Ah doch, hier ist ein... Hier ist was. Äh, so, für was braucht man das nochmal? Fürs Bienenhaus? Das haben wir ja schon. Ahorn. Kochen. Ahornriegel. So, volle Lieferung, dafür brauchen wir es noch. Ahorn, Kiefer, was war das andere? Eichen, Eichen irgendwas. Eichenhardt. Eichenhardt. Wir müssen die alle einmal liefern. So, die Bäume wachsen noch, das heißt, die bringen uns noch nichts. Ach, guck mal, wir haben die hier noch vergessen. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar Slots frei. Ähm, nicht die Bombe. Boah, das Scrollrad nervt. Also bei mir ist das Scrollrad ein bisschen wonky. So, Geoden, müssen wir eigentlich auch noch, äh... Wir geben... Wir fahren mal grad zur Mine. Wir können dann grad dem Zwerg das eine Ding geben. Oh, hier haben wir noch mehr von denen. Warum hab ich so viel von dem Eisenerz dabei? Oh, wir brauchen was für Bomben. Das kann sein, dass ich's dafür hatte. Oh. Okay, wir haben noch keine einzige Bombe hergestellt. Also auch, wir wollten... So, wir können noch ein paar Öfen machen, oder? Stein brauchen wir auch dafür. Terrorismus in Stardew Valley. Nee, damit kämpfst du gegen Monster. So, dann gehen wir noch geradezu Gas. Und Kaffee sollten wir uns auch besorgen. Buch, das war mein Mikrofon. Bomben sind die effektivste Art, sich in der Schädelhöhle und so, äh... fortzubewegen. Hi Clint. Ah, Shane mag mich auch noch nicht. Was mochte er noch mal? Ich glaub, Pizza konnte man... Pizza konnte man ihn, glaub ich, bestechen. Na, pass auf. Ein Bier für Pam. Eine Pizza für Shane. Jede Menge Kaffee für Milch. Äh, die Rezepte sollten wir auch mal kaufen. Dreifache Espres... Äh, dreifache Espresso. Nein, ich will die Pizza nicht selber essen. Wow, Spinny, woher wusste ich, dass ich war? Das Wiki. Clint, was machst du? Die Hasenfotomarker. Iridiumbarrenmarker. Und Omnigeoden. Und ich weiß, dass viele Leute Clint nicht mögen, weil er so ein bisschen in die, ähm... Ja, so ein bisschen in die Nice-Guy-Incel-Richtung geht. Gefrorene Träne. Ich glaub, die gefrorene Träne mochte aber nicht nur, äh... Emily, oder? Ich glaub, sie macht's, weil es blau ist. Ah, ist ein Proto, komm. Was soll sie haben? Wollte ich die jetzt ewig rumschleppen. Google suche Auto-Biobomb in Stardew Valley. Wo hast du deine Hasenfote hin? Ähm, die droppen Hasen manchmal, wenn du sie in deinem Gehege hast. Aber ganz ehrlich, ich muss leider sagen, wir machen das hier... Machen wir das hier zu... Wobei, jetzt ist es auch egal. Wir hätten es eigentlich vorher zumachen müssen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir überhaupt noch... Wir haben gar nicht mehr das Geld jetzt, oder? Für, ähm... Um die Sachen zu upgraden. Wir verlieren einfach ab und zu ihre Pfoten. Mach mich nicht weh. Ja, ist das heute sehr glücklich? Weiß bereits jemand Forellensuppe macht? Sollen wir heute mal in die Schädelhöhle gehen? Neues Kochrezept. Salat. Wir brauchen definitiv diesen Auto-Harvester, wo alles drin gesammelt wird. Dass der ganze Shit nicht mehr auf dem Boden liegt. Ich will das... Ich will das Ei aufheben, verdammt. Na, dann nochmal bitte... Äh, äh, Bomben... Moment, da frage ich besser nicht, was man sonst noch alles so tut. Ja. Da hast du recht. Ja. Ja. Aber wir müssen hier wirklich, äh... Wir müssen das Farm-Layout wirklich noch ein bisschen überholen. Aber ich lasse mal die Bäume hier wachsen. Da gibt der Hasen einfach ein paar Axolotlöckchen, damit ihre Pfoten immer wieder nachwachsen, damit sie regelmäßig ernten kann. Boah, das ist schon irgendwie sehr brutal. So, das Gras hier, das wächst aber nicht in meine Saat rein, oder? Vor allem, ich sollte vielleicht auch mal den Kaffee trinken. Der hält aber auch nicht lange, der Buff. Ich glaube, der verbraucht aber wirklich den Triple-Shot-Expresso, damit der lang genug hält. So, eine verkaufen wir, mit dem Rest gehen wir zu Krobus. Weil? Krobus liebt es doch. Genau, Krobus liebt es. Alle anderen hassen es, aber Krobus liebt es. Hi, Shane. Er ist zumindest jetzt ein bisschen freundlicher, weil wir jetzt, glaube ich, bei drei Herzen sind. Hi, Kent. Was magst du nochmal? Goldener Kürbis, Perle, prismatische Scherbe, gehofftete Haselnüsse, Hasenpfote, magischer Bonbon, Straußenpfote, gefrorene Träne. Hä? Ach nee, warte, das war eine Geode. Man sollte vielleicht die Geode nicht mit der gefrorenen Träne verwechseln. Ups. Ach, wir haben hier eine Kiste eingerichtet mit, äh... Aber wieso mit den Void-Eiern? Okay, die mag, äh, Krobus offenbar auch. Irgendwas Interessantes. Ja, stimmt, er verkauft manchmal sein eigenes, äh, die Sachen, die er selber mag. Kristallbohnen und, äh, ja, komm. Die Rezepte müssen wir eh alle irgendwann mal craften. Was wollen die Leute mit an der Hasenpfote-Jampoos-Gedenke jetzt ausmachen? Hasenpfoten sollen doch Glück bringen. Äh, hi Penny. Sollte Kinder mal auf einen Schulausflug mitnehmen? Das ist eine gute Idee. Diamanten. Okay. Und Smaragde-Marxi. Und gefrorene Tränen. Und Käse. Soll ich einfach random den Käse geben? Warte, für sie ist ein, äh, Diamant, ne? Das beste Geschenk. Vielleicht sollte ich mal ein Kristallarium mal hinstellen irgendwo. An ihr Haus, dass da immer Diamanten drin sind. Das war echt das beste Geschenk, was du, was du so jemanden machen kannst. Äh, Batterie, Iridium-Barren, Gold-Barrenstein. Merken wir uns mal als Langzeit-Investition. So, wir haben die Iridium-Mülltonne jetzt. Echtzeuge verbessern. 25k kostet uns das. Selbst mit dem, was wir jetzt hier haben, bringt das nichts. Neptunit? Ja, das ist schön. Das fehlte uns noch. Das hatten wir auch noch nicht. Wow. 10 von 10. Äh, so. Nekoid? Nein, nicht Nekoid. Was stand da? Was ist es? Neptunit. So, Vincent, das hast du nicht gesehen. Boah, ich fände es lustig, wenn Vincent irgendwie so, äh, es sogar cool finden würde, wenn du im Müll rumwühlst. Und du vielleicht sogar fragst, hast du was, was cooles gefunden? Das ist pink, äh, pinkes Erz? Warte, wir können gleich mal kurz in die, in die Liste schauen. Sammlung. Artefakte, Minerale. Hier, hier, Nekoid. Doch, das war das, was du meinst. Äh, fehlt uns nicht sogar noch der eine, der eine, der eine Fisch? Hier, der Sandfisch fehlt uns doch. Ah, wir haben keine Angel dabei. Ah, gut, den können wir sowieso jederzeit holen, deswegen war mir das jetzt relativ egal. Wir müssen aber, äh, wir müssen aber schon noch gucken, welche, ähm, welche Sachen uns noch fehlen. Ah, ein Ablamethyst für Abigail. Funfact, in der Schädelhöhle vergeht die Zeit langsamer. Na, rede ich richtig um. Ja, Zeitdilatation, äh, Zeitdilatation, warum auch immer, aber aus irgendeinem Grund ist das hier so. Also, ich meine, es gibt spielerisch Sinn und vielleicht ist hier an dieser Höhle wirklich irgendwas besonders, dass, äh, dass es die, den Fortlauf der Zeit oder vielleicht auch nur die Zeitwahrnehmung verändert. Ist das vielleicht auch etwas sehr amatisch zu erreichen gebaut? Möglich. Ich meine, sie geht unendlich tief. Schattenessenz, äh, was konnten wir damit groß machen? Iridium-Band. War das nicht ein bisschen was für alle Stats? Leuchtet, zieht Gegenstände an. Und, äh, ja, weil ich mich mit den Ringen, die wir aktuell haben, ziemlich zufrieden bin. Knochenmühle, das Ding müssen wir auch noch bauen. Wie viel ist das Zeug wert? 50 Gold. Findet jetzt der, äh, genau, der Zauberer findet das Zeug auch geil. So, Verteidigung erhöht. Wow. 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 So, Feuerquartz. 100. 100. So, was bringen die einzelnen Sachen? Die bringen 5. Die bringen 10. Ich denke mal, wir werden das meiste am Ende eh wieder verticken. So, die Mumien kriegen wir tatsächlich nur mit Bomben. Nein, also wir müssen sie schlagen. Nein, du sollst nicht. So. Oh, oh ja. Warte, genau. Okay. Erhöht deine Chance, seltene Fische zu fangen. Receptive, Bau einer Mühle. Und war ihm auch noch echt wertvoll. Okay. Wir haben Golderz. So, was kriegen wir? Was können wir gerade mal loswerden? Würziger, ach, okay, das hatten wir für hier. Ähm, so, wir, 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 die eine Bombe nutzen wir mal einfach, damit der Slot frei wird. Ach, wir, 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 wir Na komm's. Einmal futtern. Uh, das ist gut. Trinkt Emily und Zwerg. Bergarbeiterleckerwissen. Das behalten wir mal. Also beim Inventarmanagement ist wieder eine Katastrophe. Das war jetzt Verstöndung. Mensch, hallo Paddy. Oh, hallo Batterie. Äh, ja, was können wir denn mal hergeben? Aquamarine. Also für Clint will ich eigentlich Iridium haben. Okay. Ich habe eine Katastrophe. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich nehme definitiv zu viel Schaden gerade. Mit dem Scrollrad ist es sehr ungünstig, muss ich leider sagen. Also man sieht vielleicht, wie manchmal das auf der Hotbar zuckt. Warum muss es, darf es keine Inventar reingeben? Das finde ich nicht gut. So, den Kriegerring müssen wir irgendwann herstellen. Marmor Feuerschale. Das heißt, wir müssen mal Marmor irgendwann behalten. Hm. Das war's für heute. Ich bin, was die Schädelhöhle angeht, echt nicht mehr im Groove, wenn ich bedenke, dass wir beim letzten Mal fast auf Ebene 100 waren. Okay, der Vampirring skaliert, glaube ich, langsam nicht mehr, gut, ne? Oh, okay. 15 Ebenen. Oh, 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 oh. Ich muss echt die, ich muss die Hotbar benutzen, so mit den Hotkeys, weil sonst kann ich nicht schnell genug essen, im Zweifel. Oh. Shit, das wollte ich nicht. Wir brauchen eigentlich mal die Schleuder. Die müsste ich eigentlich auch schon haben. Also bin mir ziemlich sicher, dass ich die irgendwann schon habe. Ah, das war's. Och. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, Iridium. Ach, das ist so eine. Preihistorisches Schienbein. Ach, das ist so eine. Ähm, wozu brauchen wir das noch? Ich glaube, die Rippe brauchen wir noch für Ginger Island, oder? Also das hier sieht halt aus, als würde da ein Geheimgang sein. Also das hier sieht halt aus, als würde da ein Geheimgang sein. 13 Ebenen. So, warte, die Bomben konnte man, glaube ich, ja, die kleinen konnte man ja kaufen, ne? Das sollten ja auch tun. So, jetzt hier noch Meridium. Sieht nicht so aus. So, ich gehe aber heute früher zurück, einfach damit wir das Zeug direkt verkaufen können. Und es uns dann morgen zur Verfügung steht, das Geld. So, jetzt kommen wir zusammen. So, jetzt kommt das Geld. Ja, komm, hier. Boom, boom. Wobei, das behalten wir mal gerade. Na, wir haben sogar noch einen Teleport-Totum. Das sollten wir vielleicht auch mal irgendwann nutzen. Ähm, Moment. Wie sieht's aus mit der Angel? Was haben wir da ausgerüstet? Ich kann nicht sehen, was wir da ausgerüstet, was das für ein, äh, für ein Haken ist. Es ist nicht, es ist kein Vermögen, was wir gerade bekommen haben. Not gonna lie. So geil ist das nicht. Äh, genau. Hier ist die Meisterschleuder. Die akzeptiert doch auch, ähm, ne? Also auch Bomben als Munition. Kochen, dreifache Espresso, okay. Also wir können's umwandeln. Hat Marnie nicht schon das, äh... Wir haben es vorhin gesagt, das ist ein Vermisstgeld im Spiel. Äh, du wirst irgendwann rausgeholt. Also in zwei Uhr nachts lebt dein Charakter grundsätzlich ein. Und die Schlaftabett. Nein, es geht automatisch um zwei. Ja, das wäre für manche Leute sicher praktisch. So, ich weiß nicht, wann ich die Bäume gepflanzt habe hier im, äh... Uh, hallo. Und Rotkohl hatten wir auch schon direkt. Gemeinschaftszentrum, ja, sehr schön. Äh, warte, war Gelee oder... Oder Wein bei der Erdbeere besser? Wir haben für Gelee nichts vorbereitet, von daher würde ich den Wein trotzdem nehmen. Ich hätte hier auf jeden Fall, äh, Steinwege legen müssen. Hilfe! Ich habe kein Abo-Summer-Schlaf. Okay. Ah, okay, das läuft noch. Ne, dann, dann jage ich die durch die, durch die, durch den, äh, die Samen. Hier durch den Samenextraktor. So lange hält der, vier, vier Minuten. Stein, Goldbauern. Iridium. So, dann craften wir ein Kristallarium. Nehmen ein, ein Dings mit, einen, äh, Diamanten. Wo auch immer wir jetzt gerade einen haben. Hier. Wenn wir haben sowieso genug, aber das erinnert uns dann halt auch hoffentlich immer daran, dass wir Penny einen, äh, einen Diamanten schenken. Wienhaus, äh, Drea, Zaun. Ach du Scheiße, wir müssen einiges herstellen noch. Die Musik hat. Oh, ich bin ein Dingsgirchen. Oh, ich bin einer. Oh, ich bin ein Dingsgirchen. Ach du Scheiße. Oh, ich bin ein Dingsgirchen. Ich bin ein Dingsgirchen. Ich bin ein Dings Butcher, der Dingsgirchen. So, warte. Penny ist regelmäßig hier. Nur halt nicht jetzt. Zu viele Charaktere, um sich zu merken, was die alle wollen. Ja. Das ist absolut Pain. Was mag Louis? Gut, der Amethyst, aber der ist für Abigail. Grüner Tee. So, ich denke, hoffe man, dass man hier nicht sich Pam hinstellt. Ach so, das ist für die Kartoffelsäfte. Boah, ich hoffe, das geht in der Zeit überhaupt. Ich weiß nicht, wie lange das Zeug braucht. Karpfen. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen planlos. Hallo. Hallo Penny. Ich gebe jetzt vor Hayleys Augen Penny einen Diamanten. Was war mit dir? Was magst du? Amethyst. Aber es ist nur gemocht, nicht geliebt. Und Pierre. Pierre mag auch niemanden. Also, ja, es ist nicht so, dass er niemanden mag, aber niemanden mag gehen. Er hat auch irgendwie gefühlt nichts, was er mag, was nicht auch irgendwie alle anderen mögen. Wie wäre das? Äh, äh, Elliot. Genau, Elliot liebt die, äh, die Entenfeder. Und er ist ja so schwer, äh, zu frienden. Ach, da kommt er ja schon. So, das können wir wegbringen und das bringen wir dem, äh, Zauberer. Louis macht wieder seine wichtige Tätigkeit des, äh, Rumstehens und die Stadtanstarrens. Äh, welche Fähigkeiten habe ich noch nicht so? Ich habe welche auf 9, ich habe welche auf 10. Nur sammeln ist noch nicht auf 10. Genau, da will ich ja haben, dass, ähm, dass alles Iridium-Qualität hat und Fischen muss noch auf 10. Fischen müssen wir uns auch mal drum kümmern. Uh, hallo. Bündel komplett. Was kriegen wir dafür? Ein Saatguterzeuger. Wow. Trüffel. Trüffel haben wir inzwischen. Mohn. Ähm, wo bekamen wir das her? Und Spiegelei. Spiegelei können wir kochen. Das heißt, da fehlt auch nicht viel. Und drei Äpfel. Gut, das, da warten wir ja nur noch auf die, ähm, auf die Bäume, wobei vielleicht auch die Farm-Käfer was haben könnte. So, was haben wir hier? Buntbarsch. Insel Nord. Das Ding ist, Insel ist halt, äh, ja, okay, das ist, äh, da müssen wir auf den Sommer warten. Außer wir haben, äh, wir schalten Ginger Island frei und dann brauchen wir es hier nicht mehr. Sommer, Herbst, Winter. Ich glaube, vor Herbst können wir es nicht fertig haben, weil ein Fisch erst im Herbst gefangen wird. Der fehlt uns für den Sommer. Genau, der Glasaugenbarsch. Der kommt erst ab Herbst. Ich wollte ja eigentlich auch in diesem Jahr, äh, dann alle Fische gefangen haben, dass wir da den einen Star-Drop kriegen. Ich glaube aber nicht, dass das realistisch ist, weil ich finde das eigentlich ein bisschen ungünstig. Wir müssen ja dann hier noch gucken, was hier an den Silhouetten fehlt. Und was davon wir halt in der aktuellen Jahreszeit haben wollen. So, wir nehmen einfach mal alles mit, was wir finden und verticken es. Ich sehe es, also gehört es mir. Was konnten wir mit der Narzisse machen? Sandy liebt das. Okay, vielleicht würden wir es nicht verticken. Eigentlich müsste man wirklich ein Extra-Reihe-Inventar haben. Nur für Sachen, die man anderen NPCs schenkt, sobald man sie trifft. Was ist die Vielzielsetzung? Unsere Zielsetzung in dem Fall ist, ähm, ist Perfektion, aber mir ist egal, wie lange es dauert. Es gibt ein softes Zeitlimit von zwei Jahren, aber das hat nicht so viel Auswirkung. Gourmet, Koch, äh, Koch, Salat. Essig, Lauch, Löwenzahn. Wo gibt's Essig? Warum hab ich nicht vorhin hier irgendwo Lauch gesehen? Ja, wir haben den jetzt schon gesammelt. Oder Inventar für Werkzeuge. Ja, gut, bei Werkzeugen kannst du dich wenigstens noch irgendwie entscheiden, das mitzunehmen, was du aktuell halt brauchst, aber ich finde, das ist halt irgendwie nicht so realistisch bei, ähm, bei den ganzen Geschenken, die man braucht. Ich mag das, Penny und Zwerg, aber wir haben... Brauchen wir den nicht für Ginger Island? Wir müssen einfach alles horden. So, hatten wir nicht schon einen Trüffel? Den hab ich vertickt, ne? Warte, wir haben hier noch einen Seedmaker. Wangen ausladen, alles im Mund, äh... Im Mund einlagern. Yikes. So, die Grieskanne brauchen wir nicht mehr. Wieso hab ich die die ganze Zeit mitgenommen? Verdammt. Ach, weiß ich, ich wollte die halt upgraden, ne? Weil die Hacke, die Hacke sollten wir mitnehmen, wegen, äh, den, den Artefakt-Spots. Oh, jetzt sind wir wieder so langsam. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Triple-Shot-Expresso. Wir müssen noch viel mehr von dem Zeug kaufen. Mauf, ja. Wo, von, wo war das? Was war das nochmal? Soll nicht mit Fremden reden. Was magst du? Jazz mag halt auch gefühlt auch nichts. Kaffeesucht kickt auch im Game, ja. Sein schon für die Fortbewegung. Ne, Lea mag, äh, mag den Ziegenkäse. Okay, ja, hier, bitteschön. Das ist genau das, was ich wollte. Kannst du dem Spiel auch Cannabis anbauen? Es gibt 100 pro ne Mod dafür. Also, ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Es gab ja sogar mal ne, äh, eine Minecraft-Drogen-Mod. Äh, ich glaube, ich wollte zur Abenteurer-Gilde noch. Petition, dass du ab jetzt mit dieser Mod spielst. Ähm, nein. Wilder Meerrettich. So, Wildhonig. Teleport-Totem-Hof. Radholz, 20 Fasern. Wir machen es einfach mal, damit es, äh, schon mal von der Liste ist. Jetzt mal, dass du ab jetzt in deinem Stream Gras rauchst. Äh, erste Frage. Finanzierst du mir diesen Konsum? Was war hier mit dem Baum? Irgendwas hat das doch bestimmt damit auf sich. War das Mahagoni? So, weh, die Abenteurer-Gilde macht jetzt zu. Die macht ja irgendwie, glaube ich, erst um 2 Uhr auf. Also, kann die, wird ja wohl kaum jetzt um 18 Uhr wieder zumachen. Exklusive Munition, genau. Krater, verdammt ein Lieder. Ja, glaube ich, irgendwie nicht. RIP-Geld. Ja, wenn er mein, äh, wenn er mein, wenn er, wenn er das finanziert, dann ist er ja nicht mein Dealer, dann ist er ja nur mein, äh, Zulieferer. Aber, Dealer wird ja auch, wird er implizieren, dass er es mir auch verkauft. Also, so würde ich es definieren. Boah, jetzt muss ich an dieses, an dieses Bild denken, wo es so, äh, geht. So, bitte, äh, Bitte, äh, äh, sag meinem Vater nicht, dass du Drogen verkaufst. Und, äh, so, äh, was machst du so? Ja, ich verschenke Drogen. Ja. Ich mach dir gute Preis. So, jetzt haben wir gar kein Geld mehr für den Espresso. Das habe ich irgendwie nicht so ganz durchdacht. Wir kommen jetzt auch gerade so nicht, äh, mehr in die, äh, in die, äh, in die Wüste für die Schädelhöhle. Ich finde gut, dass Spinny seine Vorbildfunktion so ernst nimmt. Welche Vorbildfunktion? Gegenüber wem? Der absolute Löwenanteil meiner Zuschauerschaft ist, äh, erwachsen. Komm, wir müssen sowieso noch den, äh, den Fischchen-Skill auf, äh, 10 bringen. Erwachsene Kinder, nein, das ist eine Star Trek-Episode. Was soll ich sagen? Siegler spricht jetzt halt nicht so die U-18-Crowd an. Was geben die hier? 83. 83. 83. Ja, damals hast du damit angefangen. Damit war das Spiel auch noch halbwegs aktuell. Aber wie viele U-18-Leute fangen heutzutage Spiele an, die 20, die älter sind als sie selber? Sprich die Kiffer und Autisten an. Möglich. Ich kann mir vorstellen, dass Siedler tatsächlich, äh, dass Siedler tatsächlich ein angenehmes Spiel ist, wenn man High ist. Ich probiere es nochmal aus. Wer sagt denn, dass ich es grundsätzlich nicht machen würde? Uh, Wild Bait. Schwarzwarsch schwelte mir nicht. Ich hatte im Kopf, dass ich Schwarzwarsch nicht hatte. Auch im Stream. Ich glaube nicht, dass ich das, äh, laut sagen dürfte. Oder es in der Camp zeigen dürfte. Aber wenn nicht nachweisbar ist, dass mein Verhalten dadurch bedingt ist, dass ich, äh, dass ich, äh, stoned bin, dann, äh, dürfte, glaube ich, alles okay sein. Okay. Also, wenn ich, äh, dass ich, äh, Also ich weiß echt nicht, wie die Leute das managen, wenn die so einen Perfection Run in zwei Jahren machen, wenn du wirklich auch noch alle, dich mit allen anfreunden musst, dann die ganze Zeit, vor allem das Inventarmanagement, dass du halt immer, wenn du jemanden triffst, sofort die Geschenke geben kannst, weil du kannst ja nicht, nicht jeden Tag rumlaufen und allen die Geschenke geben, abgesehen davon, dass du ja sowieso auch nur zwei pro Woche verschenken darfst. Wir müssen vielleicht auch mal gucken, wie es mit den Geburtstagen ist. Nur, dass wir dann die Geburtstage wahrscheinlich vorbereiten und dann doch vergessen. Das ist uns ja schon ein paar Mal passiert. Jetzt sollen wir Fische nicht Level 10 sind, weil, das Ding ist, wenn wir, wenn wir da Level 10 kommen, kriegen wir nochmal ein Skill, dass Fische uns mehr Geld geben. Wenn wir natürlich jetzt Level 10 erreichen, wäre es natürlich sinnvoll, mit dem Verkauf bis morgen zu warten. Ein Inventarmod fürs Dardew Valley kenne ich, dass nämlich alle Kisten miteinander verbunden sind. Aber das finde ich, ehrlich gesagt, schon wieder OP. Good Nacht, Armin. Good Nacht, Armin. So, wo ist der Kalender? Kent hat heute Geburtstag und ich habe nicht dran gedacht. Louis, das mag er. Natürlich nur den seltenen Shit. Glasierte Süßkartoffeln. Rüner Tee, Peperoni. Und Vincent... Was ist Vincent mit Ginger Ale? Ich glaube, die Hasenpfote ist bis auf ein oder zwei Charaktere bei allen beliebt. Deswegen ist es praktisch ein Joker. Aber ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass manche Charaktere wirklich gefühlt nur die Joker-Items als geliebt drin haben. Notfalls müssen wir halt ein paar Diamanten als, äh... Ich glaube, die sind auch universell beliebt. Oder zumindest gemocht. Dass wir den Bonus für den Geburtstag trotzdem irgendwie mitnehmen können. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das Thema. Was ist das ejercito? Geister sind heute gut drauf, das sollten wir nutzen Okay, Louis schickt uns einfach Geld Okay, jetzt kriegen wir einfach random Wild Seeds draus Das finde ich natürlich jetzt nicht so geil Ach ja, ich habe ja die, ich habe ja angefangen Die mit Kaffeebohnen Lege fünf Bohnen in einen Fass, um Kaffee zu machen Ist das denn scheißernst? Also ich glaube, das ist nicht, äh, sustainable hier Also das ist nicht, wenn du nicht das komplette Weckshaus drauf auslegst Wie sieht es bei Elliot aus? Kommen wir bei ihnen schon in die, ins Haus Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht Wäre ja zu einfach, wenn mir das schon ginge Ja, ich glaube, das ist nicht, äh, sehr schön Elliot ist, genau, er ist im Haus. Es bringt uns also nichts. Also er ist scheiß auf die Artefaktspots. Die Iridium-Angel nehmen wir mit. Ganz echt, das Ding müssen wir nicht benutzen, weil wir wollen eh entweder das oder hier. Um Käse sollten wir uns mal ein bisschen gewissenhafter kümmern. Na kurz, vielleicht habe ich was verpasst. Ähm, nö. Würde ich nicht sagen. Na, Goni-Bomb, okay. Achso, das ist das Ding. Ich dachte schon. Okay, das war vom, äh. Stimmt, den Legend, den wollten wir auch noch gefangen haben, ne? Äh, warte. Fishing-Infographic, habe ich noch extra gespeichert. Legendary Fish. Fishing-Infographic. Nur, den geht's nur im Regen. Okay. Scheinbar sind schon alle eingeschlafen, aber noch gar nicht zwei Uhr. Ja, ja. Das stimmt allerdings. Wild Bait. Was haben wir da alles? Käferfleisch, Schleim und Fasern. Ja, vielleicht sollten wir doch mal gerade ein bisschen die Farm aufräumen. Hallo, Trüffelt. Dich können wir abgeben. So, die Sense vielleicht doch dauerhaft dabei haben. Ist zwar nicht effizient, aber was soll's. So, diesmal bleiben wir aber wirklich auch die ganze Zeit drin. Weil wir haben, oder beziehungsweise kurz vor Schluss, weil wir haben ja das Recalling. So, wir sollten auch kurz mit Sandy reden. Wie kommt's aus Stardew Valley? Ja, wir hatten ja mal diesen Run angefangen und den müssen wir auch mal zu Ende führen. Oh, der Desert Trader. Was hat, was hat die Boos? Es ist ja Freitag. Guck, die Keder hat sie, äh, kannst du ja Jade gegen Treppen eintauschen. Hat sie sonst irgendwas Interessantes? Teleporttotumwüste. Oh ja, da sollten wir mal welche holen. Teleporttotum. Ne, ja, das Rezept will ich nicht haben. Ein Muster, okay, wir brauchen die Kokosmüsse auf jeden Fall. Natürlich haben wir sie jetzt in zwei verschiedenen Ausführungen. Weil es wäre ja zu einfach sonst, wenn das nicht unser Inventar zumüllen würde. Also allein das mit dem Meridium sammeln ist allein deshalb schon mega gut. Ich meine, vielleicht deutlich, vielleicht doch mal eine Motsunstelle, dass zumindest die Sachen, dass, selbst wenn es mehrere Qualitäten hat, dass sie nur einen Slot brauchen. Wenn ich zu dir fahren wollte, mit dem Löffis wird es über 100 Euro kosten. Weißt du, wie viel Brokkoli da kommt? Ja, was soll ich dazu sagen? Sternfruchtsaat. Ja, das sollten wir uns auch mal gönnen. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir Geld haben zum Ende der Jahreszeit. Jetzt habe ich natürlich die Hacke zu Hause gelassen. Ähm. Wie zielt man die? Jetzt ohne Joke. Wie zielt man mit der... Wie zielt man mit der... Als ob die Leute die ganze Zeit damit gegen Wände schießen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moment, wir sollten vielleicht mal gerade das Zeug essen Und dann kommen wir wieder hinzu Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wenn man halt auf die super tiefen Ebenen will, dann ist das natürlich kosteneffizient, aber so aktuell sehe ich noch nicht, wie man die... Also ich hab auch echt das Gefühl, dass die Reichweite von der Explosion ein bisschen größer war. So in den Videos sah das irgendwie einfacher aus. Das war's für heute. Okay, es zerstört offenbar auch den Quarz. Nein! Aber ich wollte vorhin noch den Fisch geangelt haben. Ich meine nicht, dass es jetzt was bringt, aber... Dann muss ich zumindest die Angel nicht mehr mit in die Wüste nehmen. Egal, wir haben zumindest ein paar Warp-Totems geholt. Aber wir brauchen... Also bei dem Bombenverbrauch, das muss man auch erstmal finanzieren können. Also bei dem Bombenverbrauch, das war's für heute. Und 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 das war's für heute. Ich bin bestimmt zum nächsten Mal. Ich bin echt nicht so. Das war's für heute. Ah, okay, auf Gegner kann man also auch zielen. Ich könnte auch gut über die USA sagen, das stimmt. Das ist halt überhaupt nicht effizient, was wir hier machen. Das hätte gerade schief gehen können. Oh, sah, das ist eh hochverschuldet. Welches Land ist es nicht? Also in gewisser Weise lebt unsere ganze Weltwirtschaft ja auch von den ganzen Zahlungen, die zwischen den Ländern hin und her gehen, wegen der Schulden. Okay. Okay, wir sind jetzt eh an dem Punkt, wo wir nicht mehr... Wir können jetzt eh nicht mehr dem Angeln versuchen. Also von daher... Das war's für heute, dass wir nicht mehr als die Also von daher, gerade noch etwas, was wir jetzt das mit der Und das war's für heute. Wir sind die Wunderschönen. Das war's für heute. Aber jetzt sind wir uns so gut. Wir sind auch für heute. Die Wunderschönen. Wir sind die Wunderschönen. Oh Ich will ja mal behaupten, dass meines Schädelhöhlen-Skills zumindest mal besser waren als das hier. Ich will dank fürs dabei sein. Wie viel Solar-Essenz? Das kostet 40. Das ist halt auch nicht viel. Hallo, ich will mich drehen, verdammt. Das kostet 40. Das kostet 40. Es ist leise, ich wille für die Gedanken. Das war's für heute. Und damit keinen Platz im Winter. So, ja, da kann man wir jetzt eintauschen. So, Ziegenkäse, genau, Lea will das haben. So, ja, da kann man wir jetzt eintauschen. Du wirst ein wenig extra Glück haben. So, ich kann mich halt nicht mit Bomben eindecken, vorfällt. Ja, dazu müsste ich zur Abenteurer-Gelde. So, ja. Komm, gib schon her. Ja, also manchmal ist das Ernten sehr, sehr hagelig. Ja. Ja, das Radio Valley ist schon krass. Aber ich kann den Vergleich zu Harvest Moon halt leider nicht ziehen, weil ich es nicht selber gespielt habe. Bar zu Fasern werfen wir nicht weg. Den Fehler haben wir schon mal gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir es für Wild Bait brauchen. Ähm, Moment, warte ich, warte ich Sinn getan. So, wir versuchen angeln oft, äh, 10 zu bringen. Gotteslachs, okay. Ach, Pam. Das ist wahrscheinlich nicht das Ekligste, was du hier gemacht hast. Abi, dich vergesse ich auch gerne mal. Was magst du eigentlich alles? Eingelegtes Hasenpfote-Kaffee. Aber nicht den dreifachen Espresso, den mag er nur, den liebt er aber nicht. Weiß jemand, äh, wo man am besten angelt, wenn man, wenn's an Loom's Geld geht? Was mag er nochmal? Diamanten. Ja, gut. Soll er, soll er einen haben. Ich würde spontan Ozean sagen. Ich würde jetzt tatsächlich mal oben an dem Wasser fallen, weil ich glaub, da fehlen dir vielleicht sogar noch ein paar Fische. Hi Sebastian. So, Sashimi mag er ja gerne. So, damit ich ihm überhaupt was schenke. Was mit Lein ist eigentlich? Wie weit bin ich bei ihm? Er hat mir inzwischen das Rezept für Wild Bait gegeben. Da ist er. Er mag Diamanten, das finde ich aber sehr seltsam. Kaktus, Frucht, Hasenpfote, Blaubeertörtchen. Wir verticken gleich mal rein und kaufen, wobei, die kosten jetzt 300 pro Stück. Also so wirklich leisten können wir uns das nicht. Schraub ich, ob die Schädelhülle überhaupt so profitabel für uns ist, ohne die Mittel, dass wir sie durchrushen können. Ja gut, der Monster-Drop ist jetzt auch durchaus was wert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So... I�, Well Trib-Must своей vezennen. Aber jetzt lösen wir ihm, wem schon mal sicher noch, dass wir ein Star Wars für Wild Bait. Okay, jetzt fängt einfach random die Musik wieder an. Wir müssen ja auch noch fürs Eierfest vorbereiten, dass wir da möglichst viel Geld auch vorerkannt haben. Also ich kann es mir gar nicht leisten, so groß in die optimalen Sachen zu investieren. Auch wenn ich vielleicht schon in der Position sein soll, dass ich es kann. Und ich kann es mir gar nicht leisten. Mich interessiert mal gerade... Oh, ne Geode. Sehr schön. Ähm, Diamanten, wie viel kriegt man dafür? 750. Hi, Diamanten. Willkommen zu Scream. Ja. Kannst du mich los, ich kannste, wie vielarten, wie viele이지? Wiel Freude, ich denke! Wiel ist klar, Wiel. Wiel, drehen. Hm, Dietz. Okay, die ganze Wild Bait, die wir haben, die werden sollten auf jeden Fall noch ausschöpfen. Und dann mit dem Rest der Zeit, würde ich sagen, gehen wir in die Mine und holen Monsterfleisch. Nutz Losium dafür, dass du einem Dorfbewohner etwas schenken musst, was er nicht mag. Ich werde doch sowieso schon Stress genug haben, die alle auf 10 zu kriegen. Und dann mit dem Rest der Zeit, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Wie sieht Inventarplatz-Technisch aus? Geht noch. Wie sieht Inventarplatz-Technisch aus? Wie sieht Inventarplatz-Technisch aus? Wie war das seit Krobus Freitag oder Samstags, wenn Iniridium springt da im Angebot? Wie sieht Inventarplatz-Technisch aus? 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 Wie sieht Detelungen aus? Wie sieht Inventarplatz aus? Wie sieht Inventar baressen aus? Wie sieht die nou nicht aus? Wie viele haben wir noch? Fünf. Okay, dann dürfte uns gleich die Köder rausgehen und dann ist das okay. Wir sehen uns sogar mal an den Punkt, dass uns fast die Energie ausgeht. Stimmt, es klingt ähnlich wie bei Siedler 2. Okay, Fischen haben wir aber fast auf zehn. Das sollten wir vielleicht noch hinkriegen. Wait. Ähm, ja. Ich überlege gerade, wo es Monster-Meet gibt. Das gab es ja von den Käfern. Hm. Okay. 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 Super, jetzt können wir durch die ganzen Fächer. Wenn wir früher reingehen, hier die Gaben doch auch genau. Wow. 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 die Fische wieder rausnehmen aus dem, aus dem Dings. Okay, das schaffen wir aber auch heute gar nicht mehr. 316, die Zeitmaschine, die ich in einigen Jahren erfinden werde, okay, wir könnten es doch schaffen, sollen wir das perfekt immerhin kriegen. Die Zeitmaschine, die du in einigen Jahren erfinden wirst, okay. Zeitmaschine war mein Erfolg. Dezent. Warum warst du nicht auf Stephen Hawking's Party? Warum warst du nicht auf Stephen Hawking's Party? 133, also so perfekt, äh, das ist, boah, das wird sehr eng. 133, okay, unser Ventar ist halt relativ, äh, ist halt relativ voll. Also ich glaube, wir sollten den nächsten, ich glaube, wir müssen einfach ein paar Sachen erledigen. Wir müssen gucken, dass wir Massen an Wild Bait haben. Also zum einen das. Und dann müssen wir halt irgendwann auch gucken, dass wir uns Riesenvorräte an dem Espresso holen und irgendwann später, wenn wir richtig viel Asche haben, dann von dem, ähm, von den Bomben. 14 XP. Ne, das wird nichts mehr. Müssen wir jetzt sofort. Ja, doch. Komm her. Das war jetzt aber eine Punktlandung, Leute. Oh ja, das war eine Punktlandung. So, Fisch ist 50% Mehrwert. Das müsste sogar jetzt schon gelten. Morgen wird es den ganzen Tag kriegen, das heißt, morgen holen wir uns den, einen legendären Fisch. Ich weiß bald, wie man Pizza macht, das will ich doch hoffen. Am Bergsee neben dem Unterwasser-Ding. Hausen für die ärztliche Untersuchung, Mensch Harvey. Schönecke. Ah. Schönecke. Jetzt hat er wieder einen Tag gemacht. Ich habe zwei Minuten. Alter, Inventar-Management. Und absolute Katastrophe. Ernte, Frühling, Acht, okay, sehr gut. Ernte, Frühling, Acht, okay. Und die wird in zwei Tagen erntereif. Okay, man kann doch einfach auf die Hotbar klicken, das war mir noch nicht so klar. Okay. 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 Warte, wir gehen so durch. Okay. 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 So, wie lange wirkt das Zeug? Zehn Minuten, alles klar. So, wie lange wirkt das Zeug? Ja, jetzt ist hier richtig schön was los. So, wie lange wirkt das Zeug? 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 Sag mal, wozu habe ich den Glücksbuff eigentlich drin, wenn jetzt hier nirgendwo ne Leiter kommen will? So, wie lange wirkt das Zeug? So, wie lange wirkt das Zeug? So, wie lange wirkt das Zeug? Weil ich zum Beispiel jetzt mit, dadurch, dass ich mich versuche mit allen anzufolge. Aber das muss ich eigentlich, finde ich, nebenbei machen. Immer so ein bisschen. Aber dadurch, dass ich immer die Sachen rumschleppe, habe ich natürlich dann auch weniger Mentarslots für die anderen Sachen, die ich verfolge. Und sonst, ich meine, mein großes Ziel, abgesehen vom Community Center, dass wir Ginger Island freischalten, ist mein großes Ziel für dieses Jahr ja echt nur, dass wir die Fische fangen und dafür den Star Drop kriegen. Und der Rest ist eigentlich ja eher Nebensache für mich. Und was es mir immer schwer macht, ist, dass das Spiel auf der einen Seite will, dass man hordet, aber auf der anderen Seite halt das Inventarmanagement ein absoluter Albtraum ist. Und wann dann von vielen Sachen dann doch auch zu viel hordet. Bis man dann feststellt, dass man es für irgendwas braucht, wie wir das letztes Jahr festgestellt haben mit den Fasern, die man ja für Wild Bait braucht, dann haben wir tatsächlich sogar mal die Fasersamen benutzt. Fischbomben, das sollten wir auf jeden Fall mal... Historisches Saatgut. Ist das, das ist ein Ancient Seed? Den sollten wir nicht, den sollten wir nicht spenden. Den sollten wir anbauen. Essen Delhi Schönen Monster-Jagd-Ziel erreicht. Stimmt, das ist ja auch was, was wir noch machen mussten. Oh, hallo. Hier haut der Monster-Moschus jetzt natürlich rein. What, was ich jetzt auch was, was ich selbst immer noch? Oh, wie ist das? 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 Ich meine, ich glaube, diesen Stream beenden wir nicht vor 2 Uhr, dadurch, dass ich verspätet angefangen habe und ich glaube, die Tage jetzt auch tatsächlich doch wieder länger brauchen. Leibuhr musst du da auch ins Coop anfallen, tschu. Na gut, Kirschbomben sammeln wir da durch. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Ah, okay, ja, der ist dann immer an einem Gang. Okay. 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 So, die bringen 5 und wenn du Kupferbarren herstellst, wie viel bringt das? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, die Barren geben ja nochmal einen Bonus, weil wir den einen Skill haben. Soll ich jetzt Brokkoli zu dir bestellen? Nein. Nein. Okay. Ich hätte jemanden, der da nicht in den Kupferberg, sst. Ich bin ein Zeichen, ich finde, bis ich so leicht zu der Hände in mir. Ich bin ein Zeichen, ich bin ein Zeichen. Ich bin ein Zeichen, ich bin, muss ich jetzt ein Zeichen. Oh, wie war es? Ich bin ein Zeichen, ich bin ein Zeichen. Äh, Creative, was sagtest du mal, wie lange dauert Delta Rune, also ein Kapitel? Okay, der Monster war schon selten noch ein bisschen. Okay. 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 Gibt die Golden Sense eigentlich auch eine höhere Chance, dass jemand auch Pasern rauskriegt? Auf jeden Fall haben wir keinen Mangel mehr an Käferfleisch. Ich würde eher sagen, Fasern werden der Flaschenhals für Wild Bait. Kapitel 1 etwas mehr als vier Stunden. Kapitel 1 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 hier so Ja, ungefähr. Okay, hier Heferfleisch hatten wir sogar noch. Ah, sonst können wir dafür nicht genug haben. Warte, ich darf es gar nicht... Okay, ich darf es nicht mal... Ich darf es gar nicht sehen. Das finde ich gerade krass. Ich glaube, das weiß ich dann acht Stunden, wenn man alles sehen will. Also, ich habe hier zwei für sich bestrachtet. Okay. Das wuchernde Unkraut, ach nee. Der Glück wird nicht auf meiner Seite sein. Okay, ganz ehrlich? Gebraucht für... Okay, zum Liefern. Eveline liebt es. Das sollten wir vielleicht nutzen. Ähm... Legend. Okay, das interessiert sich wirklich nur fürs... Das bedeutet die Sense. Grünkohl. Polykulturerrungenschaft. Hier wäre noch 15. Warte. Was ist 15 verschiedene, ne? 15 Stück von jeder Nutzpflanze. Oh. Das heißt, wir brauchen mehr von dem Zeug. Gemüsepfanne und... Okay, wir brauchen zwei verschiedene Gerichte direkt. Okay. Okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, es ist so hakelig, ob das auf die Weise zu machen, finde ich, weil die ganze Zeit freest. Boah, es ist so hakelig, ob das auf die Weise zu machen, finde ich, weil die ganze Zeit freest. Boah, es ist so hakelig, ob das auf die Weise zu machen, finde ich, weil die ganze Zeit freest. So, ich bin mal gespannt, ob die, ähm, ob das Zeug überhaupt schnell genug fertig ist, wenn ich es gleich in die Fässer knalle. Ich meine, falls nicht, haben wir zumindest einen Lebenszeitvorrat an Alkohol für Pam. Und wir haben nicht an Louis Geburtstag gedacht. Ich sagte ja, es bringt nichts mit dem Geburtstag. Ich denke trotzdem nicht dran, wenn es soweit ist. Also, da bräuchte ich eigentlich irgendwie einen Reminder, wenn, äh, hier in der Ecke, wenn es soweit ist. Am Anfang des Tages, so wie es halt, äh, bei diversen anderen Dingern auch ist. Weißen noch, wann ich Geburtstag habe. Ähm, nee. Gute Nacht, Totoko. Danke fürs dabei sein. Okay. So. Okay. Okay. So. 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 ... ... ... ... Oh wait, wir können sogar noch ein paar Fässer hier platzieren, das sollten wir vielleicht auch tun. Eisenbarren, Eichenharz, Holz und Kupfer, what? Das sind neun Stück. Wir haben keinen Kupfer hier. So, ich ganz ehrlich, ich pack jetzt da auch das ganze Erz rein. So, ich bin ein Kupfer, was wir sehen. Ähm, Kieferntea, wofür war, sie war ein Eichenharz, ne? Oh, yow. So, brauchen wir die Kartoffeln noch für irgendwas? Kartoffelpuffer. Können wir die schon, äh... Warte. Habe ich es falsch gemacht? Kartoffelsäfte. Doch, okay. Ist korrekt. Kartoffelpuffer, Kartoffel plus Öl. Okay, wir brauchen aber nur eine dafür. Ja, dass ich meiner Charakter mal ins Spiel eingefügt werde. Und der wünscht es am Geburtstag dann immer Brokkoli. Wo war der, wo war der jetzt wohin? Hier, hier war mein Holz drin. Wir kommen wieder zu nichts von dem, was wir eigentlich machen wollten. Ich wollte eigentlich den Fisch fangen. Vincent hat demnächst Geburtstag und dann Hayley am 14. Eigentlich sollten wir die Taupe aufbewahren für Evelyn, oder? Also für ihren Geburtstag. Wann hat sie denn? Winter 20, okay. Was mag er? Diamant. Okay, soll er haben. So, Mountain Lake. Das historische Saatgut bringen wir gerade weg. Das kostet uns gerade nur einen Inventarslot. So, hab ich bei Clint nicht auch ne Chest? Ne. Weil ich werd sowieso nicht... Na, wat? Hä? Wieso ist das ausverkauft? Achso, weil ich die, weil ich die Sache nicht dabei hab, ne? Pass auf, die zwei mach ich auf. Marmor brauchen wir noch. Genau für die Marmor-Feuerschale. Oh, was... Was gab's jetzt? Teleport-Totems. Uralte Samen. Und das Rezept. Oh, das sollten wir nutzen. Joja Cola. Ja. Ne, danke. Falsch, halt, falsch, falsch. Das war nicht richtig. Ganz ehrlich, ich wünsche mir gerade wirklich, äh, dass man so einen super Smelter wie bei Minecraft machen kann, der automatisch durchläuft. Weil eigentlich müsste ich wirklich mich mal hinstellen einen Tag lang und einfach die ganzen Erze durchschmelzen. Wir haben sogar noch Marmor. Warum mach ich das jetzt extra... Ich würde mich nicht mehr, werfen, aber jetzt nicht mehr. Ja. Ich würde mich, weil ich nur ein wenig interessantes explorieren. Entschuldigung, so gerne noch mal. Ich würde mich, weil ich nicht mehr so einen Moment kommen, weil ich finde, aber dass wir heute Morgen nochmal das machen können. Ich werde mich nicht mehr so einen Tag machen geben. Ich werde mich trotzdem für das ein bisschen weiter sein. Haben Sie mir. Ich werde mich wirklich wirklich nicht mal um. So, auf eine goldene geben wir Demetrius. So, es ist halb vier und wir haben immer noch nicht, äh, sind immer noch nicht dabei gewesen den, äh, Fisch zu fangen. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt schaffen. Warte, Robin mag auch den Ziegenkäse, dann können wir, so, pass auf, einmal die Acht für ihn. Oh, Maru hätten wir manchmal, äh, warum haben wir nicht für Maru auch noch mitgenommen? Sie mag doch auch die Erdbeeren. Okay, sie ist aber auch schon bei, äh, bei sechs, also das ist, äh, nicht so dringend. Da, da sehen wir auch den Fisch schon. So, einen Moment. So, ein Moment. So, ein Moment. So, ich bin mal gespannt, wie viel wir gleich allein schon für die Kartoffeln kriegen und dann noch für den Fisch. Okay, warte, den Legend sehen wir doch nicht, oder? Das ist nur der normale Barsch, aber es heißt, hier ist es. Macht das mehr Sinn, wenn wir von hier aus angeln. Warte, nur um sicher zu gehen. Wäre kacke, wenn wir es falsch machen. Stardew Valley Legend. Moment. Ja, doch, das ist korrekt. Es ist auch nicht so mega spezifisch. Wieso kann er den, den, äh, den Schatz jetzt nicht trotzdem noch zählen, wenn er schon in der Bar war und man perfekt gecatcht hat? Ich weiß nicht, wie Speedrunner das macht, dass man das, äh, perfekt, äh, timet. Ich muss gerade überlegen, ob ich schon Regentotems craften kann. Ich hätte vielleicht doch, äh, was kochen sollen, was mir Angelskill gibt. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich schon mal wieder auf dem Schatz zum 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 Sch Ich habe es nur noch einen Schiff, aber ich habe es nur noch einen Schiff. ich habe das gefühl das werden wir heute nicht hinkriegen mit dem legend fish können wir schon regentotems kraften interessiert mich jetzt regentotem hartholz trüffel öl und kiefernteer ja ich weiß nicht ob wir eine ölpresse haben können wir aber auch schon können wir auch schon machen wow danke zehn von zehn hallo hoffnungslos ohne vorbereitung so so die beißrate wird eine chance seltene fische zu fangen kumpferwaren und harz entkommen langsamer ja das könnte das könnte funktionieren warte aber auch zwei harz oder zehn harz haben wir was im kühlschrank zum angeln nee nichts fertiges haben wir nicht mal von irgendwas extra dieses angel essen bekommen als belohnung haben wir das schon benutzt für den angler fisch oder so weil wir den für den für die stardew valley fair brauchten kann das sein kann das sein Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja. Ja, das ist doch schon wesentlich fairer. Ja, aber bruh. Ja, sprach ich und es klappte trotzdem nicht. Aber es ist halt auch leider echt... Also klar, man kann seine Chancen erhöhen, aber es ist halt echt random, weil er wirklich krasse Patterns hat. Also so... Nein, die Bar hat ja auch Momentum, also du kannst ja nicht einfach die Richtung wechseln. Ich fahre halt immer wieder drauf an, dass ich mir denke, für einen scheiß Fisch mache ich mir nicht extra die Mühe, irgendwie Buffs zu bereiten oder diese... Ja, diese... die Angelverbesserungen zu holen. Ja, die Puh... 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 Das war's für heute. Komm, kriegen wir nochmal die Chance. Du bist langsam erschöpft. Ja, super. Oh, Joja Cola, das passt jetzt sehr gut. Keine Ahnung, wie lange die im See war, aber wir sind verzweifelt. Ich will diesen Fisch haben, verdammt. Ja, super. Jawoll. Das wird den ganzen Tag da und soll nicht sein. Die Geister sind heute leicht verstört. Habe ich mir nicht selber extra einen Kalender geholt, damit ich... Nein, habe ich nicht. Muss ich mal von Pierre holen, ne? Danke, Emily. Ich glaube, heute verbringen wir die ganze Zeit vor den Saatdingern und versuchen Erz zu schmelzen. Dann besuchen wir aber auch gerade nochmal Mare und Demetrius mit zwei Erdbeeren. Aber eigentlich bräuchten wir Kaffee. Dass wir uns zumindest schnell bewegen können. So, erst der Kupfer, weil der geht schnell. Ah, das ist verschlossen. Pierre ist glaube ich auch erst um neun auf. Kann halt nicht die ganze Stadt so vorbildlich sein, dass ich um 6 Uhr aufstehe, nachdem ich am Tag davor bis 2 Uhr nachts draußen war. Ach du Scheiße, ich bin ja komplett übermüdet. Ja, das ist Shane. Also wir bauen mal zumindest mal gerade die eine Ölpresse da. Mal warte, wie... Öl, Öl, Öl und Trüffelöl, okay. Aber wir brauchen ja... Normales Öl machen wir ja dann... Wie Mais oder so. Goldbarren, Hartholz und Schleim, warum auch immer. Aber das ist nicht so... Ne, das ist nur die Recyclingmaschine. Ne, das ist nur die Bühne. Samen rausgescampt wirst und nur die Wilden kriegst. Was benötigen wir für mehr Ölfen? Stein und Kupfererz. Haben wir sogar. Vier... Öffn genug für vier Stück. Also die Mine wird dann unsere Mega-Schmelze. Öffn... In der Fremde. In der Fremde. In der Fremde. Als nicht mehr auf Fanzen werde ich in der Elite-Schmelze. Denn die Meroe. Der Kontakt sich sicher auf und das Kupfererz. So wie auch ein Fremde. Die Meroe bringe dich schlapp. Sägeriert werden schön. Okay, das ist nur dasstore. So, komm, ich hab doch schon sogar deinen Auftrag erfüllt. Du kannst mal ein bisschen nett zu mir sein. Wo ist Maru? Maru ist wahrscheinlich der Klinik, oder? Ja. Das heißt, wir laufen echt ein bisschen im Kreis. Wann macht der der Saloon auf? Ich glaube, er ist sehr spät abends, um 18 Uhr, glaube ich, oder so. Was mag er? Oh, er mag, er liebt Diamanten. Stimmt. Oh. Sag, Havi, dass es meine Schuld war. Sag, Havi, dass es ein Unfall war. Sag mir, dass es meine Schuld war. Und er hat ja recht, aber warum darf ich nichts dazu sagen? Energietonikum, ja. Aber sehr teuer. Okay, sie ist jetzt immer noch bei 6 Herzen. Okay, sie ist jetzt immer noch bei 6 Herzen. Okay. Okay, weil, hab ich die gestern verpasst? Glücksmahlzeit, Seegurke, Tortilla und blaue Jazz, okay. Gibt es irgendjemanden, der dir jetzt geschenkt mag? Okay, ja, aber nur Mark nicht liebt, also von da ist okay. Nein! Ich finde, wir brauchen eigentlich den Autopetter, aber den gibt es ja nur in der Schädelhöhle, wenn man nicht die Joja-Route geht. Aber wir können vielleicht mal zu Marnie. Hat sie nicht das Dinges automatisch erntet? Wo ist Marnie? Marnie macht mal wieder nicht ihren Job, sondern macht... Ja, sie ist... Das ist bei Aerobic, ne? Hi, Marnie, willkommen zum Stream. Das ist Marnie, die, äh... die die Tiere verkauft. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, die Mikrowelle anzustarren, wohlgemerkt. 2.000 Erfahrungen noch... Wovon soll ich denn 2.000 Erfahrungen beim Sammeln sammeln? Nein, ich will die Erdbeer nicht essen. Erdbeersaat in 10 Minuten. Okay, gut. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ist das, äh... Ja, das muss ich einmal liefern. Sweet Jamberry, ist das die? Süße Edelsteinbeere. Huch, nur Altersamen. Einfach mal random. Okay, ja. Habe ich nichts gegen. Pass auf, wir bringen das hier mal gerade in den geheimen Wald. Die brauchen, glaube ich, echt das... Wir müssen den Pferdestall kaufen. Also, sonst, äh... Kommen wir niemals irgendwo hin. Ich glaube, das wird unsere nächste Investition. So, brauchen wir die Sachen noch für irgendwas. Einliefern, ja, okay, sehr gut. Und mal nach der Suche, sucht nach dem gemütlichsten Geschmack. Aha. Eine Sternenfallfrucht. Maximale Energie erhöht. Sehr schön. Nicht, dass wir sie bräuchten, aber... Habe ich jetzt vor zwei Jahren gespielt, aktiv. Ja, das ist bei mir auch eine Weile her. Ich habe den Run hier vor einem Jahr angefangen. Wir haben dann bis zum Ende des ersten Jahres gespielt. Und dann sind Sachen dazwischen gekommen. Und dann haben wir nicht weitergemacht. Und dann war jetzt neun Monate Pause. Und ich muss mich selber wieder reinfinden. Ja, ich muss gucken, dass ich diesen Auto-Harvest da mal kaufe. Wenn Marnie mal arbeitet für ihren Lebensunterhalt. Und nicht sonst irgendwelche Scheiße macht. So, Trüffelöl. Einmal liefern und Regentotem herstellen. Wo ist das Regentodium hier? Hartholz und Kiefern-Tea. Den Rest haben wir dafür. Wir müssen es ja eh mindestens einmal craften. Also können wir es auch einfach mal bereit halten. Und dann versuchen wir das morgen nochmal mit dem Fisch. So, wir verarschen jetzt den Wetterbericht. So, wir sollten nochmal ins Saloon gehen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schenke für George. Ein Duzent Lauchstangen, was? Ja, okay, wir machen das mal mit den Steinen. Sollten ja ich. Smarag, Topaz, Jad und Amethyst. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht so in der Zeit extra noch selber finden muss. Sondern einfach nur den Bestand nehmen kann, den ich habe. So, pass auf. Wir kaufen mal gerade nochmal eine Runde. Eine Pizza. So, und wo ist ein Bier? Nein, ich will die Pizza nicht selber essen. Warte, ne, sie mag Aquamarinen. Amethyst. Haben wir aber beides gerade nicht bei uns. Wolle. Äh, was mag er? Diamant. Komm, guck, guck. Exhale, bis gleich. Ah, hallo. Wie lange braucht Eisen? Zwei Stunden. Wie lange braucht Gold? Steht hier nicht. Die Musik werden nicht ganz schön getan. Oh, was ich habe? Oh, was ich war los? Ich habe hier die deswegen in der ersten Lose. Sie wollen eine Schmerzen. Ich habe hier nicht klickt. Nein, es ist die Schmerzen! Ich habe hier celle. Ich habe hier, ein Schmerzen. Die Schmerzen ist doch, Ich bin mir hier zu machen. Der ist nicht was. Ich habe da diese Schmerzen. Ich habe hier. Er ist geglaubt. Ich habe da, ich gehe noch nicht zu machen. Ich nehme das hier. so 160 hier da brauchen wir noch mal 450 so dann haben wir auf jeden fall alles voll hier mit dem zeug sehr gerade wir haben sogar noch meist übrig 16 stunden nach der scheiße was wollte ich gerade machen pferdestall 5 eisenbahnen kostet das und 100 hartholz da müssen wir noch mal in den forbidden woods so 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 Nein, nicht ins Bett gehen. Wir haben extra ein Regentotem verbraucht. Geister werden nicht auf meiner Seite sein. Ja, geil. So, Fallenköder. Brauchen wir nochmal Arz? Nein, falsche Kiste. Hier. Gehen wir einmal in die Secret Woods, dann gehen wir auf den Rückweg zu Marnie, hoffen, dass sie ihren Job macht. Dann gehen wir zu Robin, bauen den Pferdestall erstmal irgendwo hinten. Und dann versuchen wir nochmal den Fisch zu kriegen. Und dann gehen wir den Pferdestall. Und dann gehen wir auf den Pferdestall. Und wir können bei Emily gerade mal noch gucken, was wir für sie die ganzen Kristalle finden und hoffen, dass die zählen. Wenn wir sie extra sammeln müssen, dann ja, dann nein. Wahrscheinlich werden wir das nicht schaffen. Auch weil wir für den Auftrag, glaube ich, relativ viel Zeit... Ne, fünf Tage. Sonst würde ich ja sagen, passiert das wahrscheinlich nebenbei, aber... Warte. Wann macht Marnie auf? Neun Uhr. Wow. Ich sollte vielleicht auch mal gerade noch den Kaffee machen. So, du machst deinen Job. Sehr schön. Heizgerät, Schafschere, automatischer Greifer. Oh. Aber funktioniert nur für Kühe, Schafe... Okay, gut, das sind die Sachen... Ja, das sind die, wo ich am meisten hinterherlaufen müsste. Das funktioniert leider nicht für Hühner anscheinend. Aber da gab es doch auch ein Ding, oder? Was die Eier eingesammelt hat. Ja, das ist ein Ding, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir brauchen Rubin, Topaz, Maragd, Jade und Amethyst Okay, wir haben Wo ist der Topaz? Da Ne, die Kartoffeln benötigen wir nicht Na, ich will Das eine Mal, wo ich was essen will Und dann will er die ganze Zeit, dass ich die Kiste aufmache Was soll das? Und dann will er die Kiste aufmache Ja, das ist Haley's Zimmer Ähm Wo sollen wir die Sachen hinpacken? Warte Ah, Stardew Valley ist natürlich gerade privat Wegen der ganzen Blödsinn, die in Reddit gerade durchzieht Und dann will er die Kiste aufmache Und dann will er die Kiste aufmache Ja, wo sollen wir die hinliefern? Das verstehe ich nicht Und dann will er die Kiste aufmache Und dann will er die Kiste aufmache Ich bin gerade verwirrt Also bei dem anderen war ja immer Immer an dem Punkt, wo ich die Sachen reinpacken konnte Oder muss ich das hier beim Special Orders Board reinpacken? Nee An Emily liefern Aber Ja, einfach schenken ist Blödsinn Ich kann es ja mal probieren Aber es dürfte Okay, das Also anscheinend doch Jesu muss ausgerechnet Das hier aus der Reihe tanzen Das haben wir hier bei Piers Vincent Ja, was gebe Vincent Ich meine, er mag zumindest Diamanten Also Sollten wir das mitnehmen Ah, ja Er ist happy Sah aber sehr nach Geburtstagsfeier aus Na, ich will Ich nehme es mal an, aber ich gehe nicht davon aus Dass wir das in der Zeit erledigen werden, oder? Ja Wahrscheinlich rippe ich mir auch gerade wieder meinen Plan mit den Erdbeeren Dann Ich nehme es mal an, aber ich gehe nicht dazu noch an, ich gehe dir anschauen Und jetzt tun wir das in der Zeit Ja, ich gehe nicht dazu jetzt mal an, ich gehe hierbei Beispiel Die Frage ist, kenne ich überhaupt schon ein Rezept, was mir im Zweifel besseres Angeln gibt? Die Frage ist, kenne ich auch ein Rezept. Boah, ja. Aber ja. Puh, alter. Ja, ich bedenke, dass es auch noch eine Quest gibt, wo es nochmal eine andere Variante vor diesen legendären Fischen gibt, die sogar mehrmals gefangen werden können. Boah, da grauert es mir jetzt schon vor. Wobei ich nicht weiß, ob die erforderlich ist für Perfektion. Boah, da grauert. Boah, mein Angelgerät ist kaputt. Boah, mein Angelgerät ist kaputt. Boah, mein Angelgerät ist kaputt. Ich frage mich gerade, ob der Buff das, also einmal der Angel-Buff und dann halt, dass man öfter die seltenen kriegt, ob das vielleicht sogar eher Buff wäre. Auf der anderen Seite bringen mir ja nicht mehr Versuche was, wenn ich die genauso verkacke. Mir reicht ein Versuch, der klappt. Aber jetzt, wo ich den Autosammler habe, brauche ich auch den Eimer nicht mehr mit mir rumzuschleppen. Ich frage mich, die ich Das war's für heute. Oh, das ist ja so. Komm schon Wahrscheinlich Geht das Ding nochmal kaputt Bevor ich nochmal die Chance kriege Kann ich schon irgendwas kochen? Ich brauche das auch genau Die speziellen Fische Kartoffelpuffer könnte ich sogar noch machen Aber Sardine Am Strand Das müssen wir vorbereiten Wir machen nochmal irgendwann Regentotem und dann Gehen wir vorbereitet daran Okay Kohle geht jetzt natürlich wieder gut runter So So, pass auf, wir machen einen Kartoffelpuffer. Hat der Starjob Salon nicht manchmal auch fertiges Essen mit Effekten? Also, den können wir wegpacken. So, einmal den Alkoholismus entnäbeln und einmal die Pizza. Alles Frühstück, plus zwei Hofarbeit. Das bringt mir aber nicht so viel. Äh, was mag er? Ach, er mag wieder Tüffelöl. Dann wissen wir, was wir damit in Zukunft machen. Nein, ich will die Pizza nicht essen, ich will sie ihm schenken. Marni mag Diamanten, Lea mag den Ziegenkäse, das sollten wir vielleicht auch gerade nutzen. Robin und Demetrius sind erstaunlich abwesend im Moment im Salon. Das, äh, ist echt seltsam. Das, äh, ist echt seltsam. Ähm, Fleisch und hier. Ja. Ähm, Fleisch und hier. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Fasersamen machen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Fasersen machen. Man kann schon sagen, so. Hier. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Fasersamen machen. Erfordert keine Bewässerung mit der Sense ernten. Na, zeig doch mal in die richtige Richtung, verdammt. Na, zeig doch mal in die Richtung. Okay, wir sehen jetzt natürlich hier nichts, aber es gab doch auch mal diese anderen Fackeln. Okay. 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 aus Marmor das. Können wir das schon? Ne, oder? Ich sehe es noch nicht in der Liste. Wie sieht es mit dem Iridiumband aus? Schattenessenz, Solaressenz. Oh, das Achieving hatte ich noch gar nicht. So, das ist doch viel angenehmer. Viel weniger anstrengend auf meinen Augen. So, Hoverbau und Tarz. Ich glaube, den Köder kann man gar nicht abwachen, ne? Erbstfüller haben wir noch. Eine Nähmaschine. Wow, this is useless. Ja, dauert das noch? Okay, ist morgen fertig. Sehr gut. Dann, wenn ich oben meine Augen beginne! Bis zum nächsten Mal. Was eine Liste, die Musik beginne! Oh, das ist gut. Wenn ich oben Kilometer, habe ich jetzt noch nicht im Hintergrund. Rescue mir ein Eherer. Es war also nicht so. Armut vonاس Geräte sein kann. Wenn ich oben zum nächsten Mal in die Gideon rufe. Dann, das ist mir kleiner, getroffen. Der Err ist einfach nicht einfach bei Gideon. Dann, wo ich das Ganze benutze. Dann geht das Ganze. Das Ganze ist einfach nicht so. Ich gebe dir, ich kann mir nicht zu können. So, wir gehen nochmal in die Secret Woods. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Eichenharz plus Koralle und Fasern-Hartholz-Koralle. Okay, das sollte ich vielleicht mal einmal machen, damit es gemacht ist. Moment. Wir haben hier gerade überhaupt keinen Space, aber hier ist, genau, hier habe ich den hier mal platziert. Hä? Warte. Okay, mit dem Kiefernzeug. Okay. 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 Oh, wir haben einen Dino. Ich nenne ihn Gilmon. Äh, fass auf. So, der macht Rosenteller. Wo ist Elliot? Elliot hält bei Pierrom. Das sollte man gerade ausnutzen. Das sollte man gerade ausnutzen. Das sollte man gerade ausnutzen. Ich muss das nächste Geschäft einbrechen und dir Kakao und Milch holen. Oh, je. So. Also einmal Fischsuppe. Fischsuppe kostet Tierprodukt. Habe ich das überhaupt schon? Fischeintopf. Wasserobelisk. Scheiße, die Venusmaschine brauchen wir echt dafür. So, ich wollte mal den ganzen Shit eingesammelt haben. Beuteier können jetzt zu Probus. Und dann Superowski undurtein. Wasserobelisk. Was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm, Amethyst für Abigail Wie soll ich denn ohne, dass wir die Monitoration bekommen? Ja, das ist die Frage, ne? Okay, wir fällen noch ein paar Bäume, würde ich sagen Irgendwie müssen wir die Zeit ja nutzen Und wir fällen noch ein paar Bäume, würde ich sagen Und wir fällen noch ein paar Bäume, würde ich sagen Sind die ungewöhnliche Bäume, die fertig ausgewachsen sind? Ja Den Teil der Farm, den ich nicht nutze, kann ich auch ein bisschen verwildern lassen Hm? 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 Das war's für heute. Das heißt, hier brauche ich eine Spritze. Zeug, wenn man was reinmacht, was man rauchen will. Keine Ahnung, wie es heißt. Meinst du eine Bong? Oder eine möglichst lustige Tasse? Meinst du das alles zu bekommen? Bestimmt irgendwie. Ich glaube, ich muss ja echt mal den Weg plastern. Aber ich bin echt zu faul dafür. Und ich finde es halt auch nicht so cool, dass man hinter den Bäumen halt nichts sieht. So, damit machen wir das Bienenhaus. Davon sollten wir vielleicht noch mal welche craften, weil wir brauchen sie sowieso. Mehr Kohle dafür und Holz. Äh, ja, wild. Aber es haut genau hin. Aber Eisenkohle. Aber es haut genau hin. Okay, das würde mich jetzt stören, dass hier eins fehlt. Habe ich noch irgendwo einen Spring da? So ein Basic-Ding reicht ja sogar. Kupferbahn, Eisenbahn. Kupferbahn, Eisenbahn. Kupferbahn, Eisenbahn. und es bringt uns auch gerade nichts morgen ist eierfest das geht relativ schnell alles damit haben wir die special order auch fertig das ist morgen fertig oh ich hätte vielleicht sollte vielleicht mal hier eine vorgescheuche machen fasern kohle und holz 50 holzbilder haben holy shit aber wir haben auch gerade wirklich keine kohle mehr übrig hier ist auch nichts mehr übrig müssen wir gleich bei glint kaufen nein bin ich nicht so dann betreiben wir noch mal gerade ein bisschen raubbau ich hab schon gesagt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist das Zierlauch? Ja, blauer Jazz So, Auftrag komplett Ich glaube, wir gehen doch nochmal in die Skeletthöhle Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Wem war das? Ah, das stimmt. Sandy liebt das. Ja. Dann nochmal einen Grund mehr in die Wüste zu gehen. Dann holen wir gerade den Wüstenfisch. Genau, ein paar Artefakt-Droves können wir uns holen. Wie sieht's mit der Sammlungstechnik aus? Mineralien haben wir fast alle. Ja. 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 Wie viele Zuschauer vermutest du hast du gerade? Keine Ahnung, muss ich auch gar nicht genau wissen. Pass auf, ich sande keinen Kupfer ein. Ich bin ein Kupfer, ich bin ein Kupfer. Nee, ich muss es gerade echt nicht wissen. Es würde nichts ändern. 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 So, die Iridiummülltonne erweist sich gerade durchaus als wichtige Investition. Es ist nicht so schlecht dafür, dass du kein Siedler streamst und es zu spät ist. Ich glaube, der Wattkanal hilft vielleicht auch ein bisschen. Okay. 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 Here we go. Oh, hallo. Lebenselixier. Das kann man mal mitnehmen, ja. Das kann man mal mitnehmen. Das kann man mal mitnehmen. Drei Ebenen. Wow. Wow! Super, dass er sich jetzt überlebt. Hier ist Juli jetzt mal anders. Ja. Die Mine auch. Wo ist der Krabbenkuchen? Da. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das nicht alles in die Außenwelt verändert? Ja, möglich So, wir machen die Eimer zum Liefern So, wir machen die Eimer So, wir machen die Eimer zurück wird heute nicht auf meiner seite sein okay da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Mann Mein Ventas, so ein Chaos Natürlich müssen sich die Tiere jetzt genau da einstellen Oh Mann Das war's für heute. Das Eierfest hat begonnen, juhu. Warte, bis wann kann ich da hin? Okay, wir haben nicht mega viel Zeit, ne? Okay, zwischen neun und zwei. Okay, wir haben nicht mega viel Zeit. Das Ding ist, wenn die Pflanzen am Ende nicht so groß sind, das wird mich so triggern. Okay. 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 Ich finde das woanders, uh. Aber die Ehre geht im Meer��dad. Oh! Oh! So, auch zum Eierfest. Frage, funktioniert der Espresso noch, wenn ich, äh, wenn ich jetzt schnell genug bin? Cheaten beim Eierfest, Fragezeichen? Ne, das wäre ja auch zu gut gewesen. So, wo ist, äh, wo ist Luis? Wurdest du gerade Doping betreiben? Es ist Kaffee. Jetzt kann ich es dafür, dass das Zeug mich schneller macht. Willkommen zum stressigsten Teil des Spiels. Okay. Oh. 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 too. Oh. 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 Aber ich glaube, das wird nichts. Warte, hier ist noch einer, ey. Auf dem Friedhof ist es schon ein bisschen makaber, wobei ich glaube, 10 Eier reichen. Ich glaube, das höchste, was machbar ist mit optimaler Route ist, glaube ich, 14 oder 15. So, 1000 Gold, weil wir den Hut schon haben. Ja gut, das werden wir aber nicht schaffen, das alles einzupflanzen. So, ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. So, ich glaube, das wäreιμέ essen, das heißt. So, ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Viel làm 사람들이 passiert ist ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin halt ein bisschen geschädigt von den ganzen Stardew Valley YouTubern, die halt gefühlt irgendwie... Also ich hab jetzt heute einen gesehen, der ist halt auch Speedrunner, der hat das komplette Community Center innerhalb des ersten Sommers gemacht. Also das geht wohl auch nur auf bestimmten Seeds, aber mit ganz bestimmten Konstellationen geht's. Wir können leider wegen den Angelsachen erst... Im Herbst das Community Center beenden, weil uns ein Fisch fehlen wird. Und dann geht's... 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 Boah, das hinzukriegen, dass der... Dass der Cursor sich mit der Kamera bewegt, wenn man am Kartenrand ist, ist natürlich total toll. Und dann geht's... Und dann geht's... Wir müssen definitiv gucken, dass wir zum Sommer die restlichen Iridium-Werkzeuge haben. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar noch ein paar Samen zur Fehl gekauft. Und dann geht's... Oh, 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 oh. Spannungsgeladene So, hier noch. Sind das natürlich nicht ganz synchron. Aber dann haben wir schon mal ein paar Samen für das nächste Jahr. Ja, okay, das reicht gerade so, dass wir sind, glaube ich, fünf zu wenig, als dass wir alle von den Fässern ausnutzen würden. Aber das ist okay. Ich weiß gerade nur nicht, ist das Gelee oder Wein besser? Ich meine, wir können kein Gelee machen in der Menge, von daher. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Wir haben vielleicht noch ein Gewächshaus. Hey, Obst wird fertig. Sehr schön. Dann ist nämlich auch das eine Bundle noch fertig. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir alle drei Tage mal... Ach du Scheiße, das ist schon wieder alles voll. Dass wir alle drei Tage einmal hier reinkommen und das ganze Obst ernten. Sternfruchtsamen brauchen, okay, auch nur zehn Minuten. Hm? Musik Ach du Scheiß, schon wieder 15.40 Uhr So die Äpfel Behalten wir Wieso solltest du für das Kakao-Video verklagt werden können? Hä? Oh, wie nennen wir das Pferd? Hm Das ist ein schöner Pferdename Wow Ganz tolle Namen Äh, pass auf So Das passt Warte, das Pferd Ist das gerade beschleunigt, weil wir schon Kaffee getrunken haben? Überträgt sich der Koffeingehalt in meinem Blut auf das Pferd? Kann das sein? Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich es immer noch nicht so glint geschafft. Es wird auch heute nichts mehr. Na gut, wir haben ja eh kein Geld für das Upgrade. Ringverdiener. Kann doch nichts dafür. So, Mon, wo auch immer ich den herkriege. Ich glaube im Sommer. Wow, ein Heizgerät. Ganz toll. Haben wir unsere Geschenke für Shane? Und, äh, Brem und so schon ausgereizt die Woche? Ja, oder? Ach nee, Sonntag setzt sich das jetzt zurück. Wo ist Shane? Shane ist auf dem Weg. Hier, von hoch zu rass. Du schon wieder? Ja, ich will dir doch eine Pizza geben. Warum bist du jetzt schon wieder so aggro? Was hat Sam für... Was mag der? Ach, Kerl, hat ja auch so die krassen, äh, Vorlieben. Aber es ist schon nice, wie schnell man mit dem Pferd ist. Das hätte ich früher machen sollen. Was ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Wie lange braucht das? Hier Stunden 50 Kann ich um die Zeit noch zum, äh, zum Zauberer? Solar Essence, Schattenessence, haben wir doch alles in Massen Kann sein, dass das Pferd auch nicht von dem ganzen Zeug, äh, verlangsamt wird? Oh ja, jetzt wird's, jetzt wird's deep Was ist das? Oh ja, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's Die Szene kann sich noch gar nicht. Jetzt kann ich auch noch einen Deep-Buff bekommen. Ich müsste das Travelling-Card auch mal öfter checken. Aber der Tag hat einfach hier nicht genug Stunden. Warte, wir packen es mal da rüber. Ja, mein Inventar, das gefällt mir alles noch nicht. So, jetzt noch irgendwas, was wir hier gerade machen können. Das dauert eine Woche. Wir können hier die Höhle gerade checken. Das dauert eine Woche. Moment, wir brauchen ein bisschen Stein. Wieso kann ich hier nicht mehrfach craften? Das dauert eine Woche. Wir müssen noch mal bei die Höhle genutzt. Ah, ich kann da hinunter. Wir Bahn, ich kauke ich rein. Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 So